Die erste Corona-Welle hat vielen Branchen des Handwerks hart zugesetzt. Dabei hat sich das Handwerk aber tapfer geschlagen. Wir waren innovativ, wir haben durchgehalten, wir haben die Zähne zusammengebissen und wir haben gehofft, dass es wieder besser wird. Und es wurde besser. Der Sommer war ein Lichtblick und erleichtert haben wir aufgeatmet und sind stückweise zum normalen Leben zurückgekehrt. Und leider auch zur Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus. Dafür bekommen wir jetzt die Rechnung präsentiert. Erneut steigende Zahlen und haben bereits besorgniserregende Ausmaße angenommen. Einen zweiten Lockdown aber können wir uns nicht leisten. Deswegen meine Bitte, sorgen wir gemeinsam dafür, dass es nicht so weit kommt. Es liegt an uns. Wenn wir jetzt uns an die Regeln halten, Abstand, Maske, Hygiene und Lüften, dann können wir vielleicht einen neuen Lockdown verhindern. Wir haben die erste Welle mit Gemeinschaftssinn und Kraft überstanden. Seien wir nicht Corona-müde. Nehmen wir uns jetzt die erste Welle zum Vorbild. Auf diese Weise werden wir auch die zweite Welle überstehen. Solidarisch, vorsichtig, aber furchtlos und vor allem mit Maske im Gesicht. Halten wir zusammen. ... ... ... ...